Use the pilot station to travel travel to get nebula hey everybody to the bridge we're going to the nova corps outpost to intercept nebula we need backup all pilots all back and engage the fugitive but sir we lose the body that is not our priority now engage nebula immediately i knew this would happen we should have come right away she's already got thanos's body we can't lose her too rocket was my priority he needed me i needed you too peter star lord we weren't expecting the guardians to show up hey what's going on it's thanos's right hand nebula she appeared out of nowhere killed several of our soldiers and sent thanos's body off in his ship she's protecting its escape in a stolen star blaster we can still take her down weapons loaded lethal force has been sanctioned get into position no i'll be damned if i let the nova corps blow my sister to stardust we need her alive otherwise we've got no chance of translating the eternity for ready on my orders hey uh whatever your name is rooks sir you can call me rooks if you want it's kind of a nickname not as good as yours though star lord look rooks we've got this covered why don't you leave the cyborg to us i uh well of course we'll take all the help we can get sir but the nova corps have a duty to fulfill it would be an honor to fight alongside you fire when ready okay when words don't work there's always firepower fire when you get the 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 fire Er wird gezwungen, um Feuer zu retten. Nein! Star-Lord, wir müssen den Protokoll folgen. Bitte, hör ihn an. Nova-Officer, form eine Blockade. Peter Quill, mit dem Nova-Corp, Sie werden sich unterhalten und verabschiedet werden. Star-Lord, Nebula ist ein williger Fugitive, die größte Gefahr zur Galaxie, jetzt dass Thanos tot ist. Sie ist schuldig von Multiple Grämmen. Wir haben Explicit-Order, um sie sofort zu eliminieren. Wir können hier nicht leben. Es ist zu gefährlich. Nicht, wenn Sie sie in unsere Schuldigen. Sie ist nicht die einzige Möglichkeit. Sie unterstützen sie, nur Sie mit dem Novo-Corp. Ich will nicht, dass Sie wie ein Feind, Star-Lord. Schau, Nebula ist wichtig für uns. Sie hat etwas, was wir brauchen, und wir brauchen sie hier, um die Galaxie zu retten. Aber, Sir... Sie wollen Sie die Galaxie zu retten? Nein, Sir, ich nicht. Das ist deshalb, warum ich das mache. Ich habe versucht. Ich habe versucht. Officer Rooks. Ich bin auf. Ich hoffe, wir können noch mal beherrschen. Ich denke, das war gut. Ich denke, das war gut. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Das ist der letzte von ihnen. Hold auf! Peter Quill. Ich habe nicht erwartet, dass du deine Gesichter zeigen. Ich kann nicht den Novo-Corp zu erwähnen. Du musst mich selbst töten. Ich bin auf. Du hast das auf. Du hast das auf. Du hast das auf. Also, du denkst... Oh, ich bin kein Körger, Nebula. Das ist nicht, warum wir hier sind. Du hast Thanos gebetet. Das macht dich ein Verletzter. Schau. Wir brauchen deine Hilfe. Du musst mit uns kommen. Ich werde dir nicht helfen. 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 Ah, du musst das einfach schwierig machen. Sie verabschieden. Sie verabschieden. Oh, komm mal. Das Feld ist zu tief. Ich kann nicht einen klaren Schuss bekommen. Wir müssen sie wegwerfen. Wir müssen sie wegwerfen. Ich bin der Streffer, ja. Ja. Gamora, mach die Kontrolle. Wir gehen in die Grabenagerung. Schau dir selbst. Sie ist vielleicht nicht kapacitiert. Aber sie ist immer gefährlich. Peter, ihr Schiff ist in die Grabenagerung. Du musst dich schnell machen. Okay, hurry. Schau. Deine Frau ist schwierig, Gamora. Sie hat uns eine wirkliche Piddy-Party. Sie hat uns selbst eine wirkliche Piddy-Party. Es wird hier eine Erkrankungs-Erkrankung sein. Und hier ist es irgendwo. Oh. Die hat ihm. Oh. Schock-Slam. Oh. Ähm. Ja. Du. Das tut mir jetzt leid. Okay. Brauchtest du den noch? Also das hätte ich jetzt auch anders ausgehen können wahrscheinlich, ne? Also wenn wir früher da gewesen wären oder so, hätten wir jetzt wahrscheinlich den Novakorn nicht als Gegner. Denke ich mir so. Aber es war okay. Also es ist alles gut. Haben wir alles richtig gemacht, glaube ich. Das ist das letzte. Ich mag nicht wissen, dass Thanos' Körper irgendwo da ist. Oh, eine Sache auf jeden Fall. Wir müssen herausfinden, wie diese Relik funktioniert, bevor wir anfangen, über die Dünnkartung. Oh, mein Gott. Wir machen einen Schatten ihrer Cybernetik, aber es dauert ein bisschen mehr Zeit, nur um sicher zu sein. Wir müssen die Nebula helfen, um diese Symbolen zu helfen. Juste auf dich, Peter. Sie ist nicht genau so glücklich, dass sie hier sind. Okay. Sie ist definitiv nicht glücklich, dass sie hier sind. Ja, ich weiß nicht wirklich. Ihr Vater ist tot. Sie ist tot. Sie sind 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 tot. Ich wollte mit Nebula wiederholen. Sie sagten, dass sie mit ihr wiederholen. Und dann passiert das. Vielleicht wird sie irgendwann mal wieder kommen, aber ich kann nicht sehen, dass sie irgendwann mal wiederholen will. Dann bin ich auch. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist richtig. Du hast es gehört? Ich bin sehr interessiert über das Thema. Schau, du hast mich mit diesem kleinen kleinen Teilchen, und ich werde Rocket reattach deinen Arm. Ich weiß, du hast keine Intention für mich zu helfen. Sie möchte mich verletzten. Verletzten unser Vater nicht genug für dich. Du musst es in meine Gesichter schrauben. Er hat dich gegründet, Gamora. Er hat dich lieb. Das war nicht lieb, Nebula. Und du hast diesen Imbesillen ihn verletzt! Du bist der Grund, dass er weg ist. Du bist derjenige, der meine Leben verletzt. Woa, das ist ein glückliches Ort. Es gibt keine Chance für diesen typen Namen. Ich meine, wirklich? Imbesillen? Oh, sorry, ich hörte deine delicte kleine Gefühle. Das ist genug, Nebula! Du hast mich verletzt, auf mich. Auf mein Vater. Aber ich weiß dich, Gamora. Du hast vielleicht vergessen, Tar-Val, aber ich habe es nicht. Ich sage dir, dass du nicht... Ich sage dir, dass ich den Namen nicht... Tar-Val... Tar-Val! Ich bekomme, was wir von dir brauchen, von dir oder anderen. Du willst, mich zu sprechen? Du kannst sie weg. Du kannst sie weg. Du kannst sie weg. Du kannst sie weg. Ich habe nichts zu sagen. Ich werde dich sprechen. Du kannst. Du kannst. Gamora? Du musst weg. Was? Jetzt! Wenn ich sie hörte, ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Sie hat uns nicht gehalten. Wenn es sich schwerer werden, sie wird weg. Du kannst es sehen. Du kannst es sehen. wie ist das Problem mit Tar-Val? Es ist nicht meine Geschichte. Wenn du so stolz auf wissen willst, solltest du Gamora fragen. Star-Lord. Der Scan hat etwas gefunden. Ein gewaltes Geräusch in der Cyborg. Die letzten paar Tage... ... haben sie das Schlimmste von meiner Leben. Ich verletze meinen Vater. Dann bist du, und ich verletze mich, und ich verletze mich zurück. Ich verletze mich alleine. Ich werde mich alleine. Aber vielleicht gibt es einen Weg, um das zu verletzen. Oh Gott! Nein! Was machst du... Was machst du? Ich weiß, dass du nicht mein Wort für das. Also hier. Ich werde dir sagen, was du musst wissen. Du verdienst mir. Danke, Nebula. Also hier. Ich habe mir gesagt, ich werde nicht mehr so sein. Ich werde mich nicht mehr so sein. Ich werde mich nicht mehr so sein. Ich werde mich nicht mehr so sein. Bist du schuldigst? Das war großartig. Äh... Bist du ernsthaft? Ich sehe, dass du mein Plan probierst. Das wichtigste ist, dass wir die Kree haben. Das ist ein Cypher-Module. Es gibt nicht viele in der Existenz. Okay. Wie funktioniert das? Ich denke, ich kann das auf meine eigenen Translator uploadieren. Okay. It says... Come find me in the temple. Helpful. Didn't we find it in a temple? Meine Mutter sagte das gleiche, als ich... sterbe. Aber vielleicht haben wir etwas verloren. Wir waren ein wenig beschäftigt. Come find mich. Wer ist mich? Das... Tempel wurde... komplett abandone, als wir kamen. Das... muss ich... was... ... diese Visionen. Ego? Muss Ego sein, oder? Ich hoffe, du bist richtig. Dann können wir finden, warum du in den ersten Platz hast. Genau. Lass uns gehen. Wir gehen zurück zum Tempel. Okay. Too fast for love. Unidentified planet. Abandoned Kree-Outpost. Wo ist Rocket? Wir sind fast da. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Wir müssen den Rocket etwas Raum geben. Okay. Lass ihn jetzt sein. Okay. Okay. Well... Rocket ist in no shape für die Nebula. Werden muss sie zurück und halten sie. Ich werde hinterlassen für den Prisoner. Um... Hang auf. Nein, du nicht. Ich werde ihn nicht mit ihm verlassen. Du hast ihn schon gehört. Er will sie weg. Ich habe gesagt. Sie ist meine Freundin, Drax. Ich glaube, Drax. Ich glaube, Drax. Er wird nichts zu tun. Ja, Drax. Er wird nichts zu tun. Komm, ich helfe. Wie definierst du das? Du bist der Mann. Du bist der Mann, der mich mit ihr zurückkontakt hat. Jetzt, dass sie hier ist, ich verdammt diese Möglichkeit. Und ich werde sicher, dass sie weg von Problemen bleiben. Nebula ist meine Verantwortung. Dein Rekord an dieser Sache ist verantwortlich. Drax, du wirst die Nebula. Bleib auf die gute Arbeit. Danke, Star Lord. Ich werde dich nicht runterlassen lassen. Das ist ein Fehler. Es ist nicht persönlich, Gamora. Was auch. Es ist okay. Ich bin bereit, wenn du bist. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Finde mich im Tempel. Lass uns herausfinden, wer uns wartet. Dann letztendlich Guardians gar nicht mehr. Darüber hinaus. Nein, klar, es gibt genug. Ne, aber... Es bleibt ja nur noch Ego eigentlich. Oder eben das, was jetzt passieren wird. Wir werden sehen. Hallo! Hallo! Wer hier ist? Hallo! Es gibt niemanden hier, Peter. Okay, nein. Nicht in der Öffentlichkeit, aber... Die Markungen auf der Forge sagten, find mich im Tempel. Also... Hier sind wir. Und im Tempel. Wieder. Also... Warum nicht wir einfach... ... spüren? Schaut nach... ... secret doors, oder Passagen, oder... ... was auch immer. Ich habe meinen Scanner. Wenn jemand hier ist... ... wir finden ihn. Wann wir denn durch dieses Tor da hinten? Also da ist ja Thanos gestorben. Auf dem da hinten, ne? Oh... ... 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 Skor 1 für die guten Leute. Ich bin Groot! Ich bin wirklich Freund. Ähm. Was? Hey Groot. Hallo. Hey. Du denkst, ich habe die richtige Person in Guard Nebula, richtig? Ich bin Groot. Ja. Danke, Freund. Gano. Hast du gesehen jemanden, die wahrscheinlich wissen, was eine Eternity-Forge ist? Ich bin Groot. Oh. Was ich da drüben? Danke, Groot. Die letzte Mal, dass wir alle in dieser Raum waren, du wirklich hast einen Thanos-Bass. Danke für das. Ich bin Groot. Ja. Ich fühle dich, Freund. Keep auf die gute Arbeit. Okay. Er hat auf irgendwas gedreutet. Das müssen wir uns da wahrscheinlich angucken. Jetzt müssen wir erst mal mit Gamora wieder reden, damit die wieder... Ich bin Thanos-Bass zu sein. Ich bin nicht glaube ich, dass er nicht erштõ sind. Er dachte sich selbst ein Gott. Ich bin glücklich, dass er falsch ist. Wie geht's? Ich werde ehrlich sein. Ich würde lieber bleiben und behalten, Nebula. Drax will sie entfernen. Und ich glaube, dass Rocket in jedem Ort ist, um ihn zu verhindern. Ich könnte zumindest sie sicher sein. Ich wollte dich hier mit mir. Diese Mission ist wirklich wichtig. Ich weiß, dass es ist. Und ich bin glücklich, Peter. Ich bin wirklich. Ich bin nur Angst für meine Freundin. Das ist alles. Und hier sind wir wieder. Nachdem das All-Eternity-Forge angefangen hat. Ich habe nie wirklich einen guten Blick auf diesen Ort gesehen. Ich frage mich, was es war, wenn es heil war. Also. Wer glaubst du, das All-Eternity-Forge war? Wer müssen wir finden? Die All-Eternity-Forge ist älter. Wer weiß, wie alt das Messer ist. Wir können nicht jemanden finden. Ich werde weiter schauen. Vielleicht noch ein Celestial oder sowas? Das wäre noch möglich. Hey. Wie geht's da da? Nicht jetzt, Pete. Komm schon, Rockets. Okay. Das wird so aussehen, als ob ich aufhänge bin. Weil ich aufhänge bin. Aha. Drax, wie geht's? Exzellend. Der Präsenz hat gar nicht einmal einen Erschungssuch. Ich wusste, dass du derjenige für den Job war, Freund. Auch war ich. Jetzt muss ich fokussieren. Okidoki. Wir gucken uns um. So, also hier ist Alpha Wand. Okay, da oben ist aber auf jeden Fall... Ist ja eine Treppe. Kann man da hingehen? Okay, kann man hingehen. Hier ist ja auf jeden Fall irgendwas. Mehr Anfragen hier. Oh. Holo ist hier auch. Unsere Hand geht... ... durch die Wand? Das heißt, ich würde mich ganz kurz mal nach oben begeben. Was da noch ist. Viel nichts, ne? Ok, noch höher geht's nicht. Können wir hier auf dieses Element drauf? Aber was würde mir das bringen? Ich glaube, hier oben ist nichts. Ne, das führt mich wieder dahin. Ne, ich glaub wirklich, da ist nichts weiter. Und das, was Groot angedeutet hat, da sind wir ja schon gewesen. Also bleibt das hier. Weiter gehen. So, wir berühren das jetzt. Ah, wir können es noch anschauen. Oh, da sind wir hier. Skletzkis. Das ist wo Thanos die Eternity Forge gefunden hat. Okay, wir können doch nichts machen. Okay, hier sollte ich hoch, ne? Okay, hier sollte ich hoch, ne? Dann machen wir das mal. Okay. Das ist auf jeden Fall ein anderes Element als vorher. Okay. Okay. Und sagt schon keine Button. Ja. Busch die Button. Der Button wurde nicht gedrückt. Kein Button auf diesem. Okay. Dann drücken wir einfach jetzt den. Wir drücken jetzt den Knopf. Was soll schon schief gehen? Was hat noch nie jemand in irgendwas gesagt? Was soll schon schief gehen? Ja, danach passieren nie schlechte Dinge. Ha! Da lachen wir doch drüber. Okay. So viel für das. Wir brauchen mehr Knöpfe. Wahrscheinlich gleichzeitig drücken, ne? Hm. Nichts von diesem. Okay. Ha! Okay. Mehr haben wir nicht. Okay. Was soll ich doch? Ich glaube ich doch. Hey Gamora, die statue sieht? Press die Button auf seinen Helmet, wenn ich so sage. Okay. Okay. gut geklappt ok ist auf jeden fall ein nova hin ok macht sinn ja Sie wird durch die Forge verabschiedet. Das ist weshalb es für Rockett nicht gearbeitet hat. Es wurde nicht verabschiedet. Also, was denkst du? Ich denke, das ist das, was die Eternity Forge will uns finden. Vielleicht. Es ist ziemlich schlecht, oder? Wie etwas von einem Iron Maiden album cover. Ich nehme deine Worten. Okay. Oh, also, sie war die Mural, als sie durch die Wand. Oh, du bist so smart, Peter. Aber ihr müsst noch ein kleines bisschen warten. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wir sehen uns. Tschauka und tschüss. Tschauka und tschüss. Tschauka und tschüss.